Neun, neun Video. Heute spiele ich Star Wars mit Chris. Oh, ich habe zwei Kisten, wo ich es aufmachen kann. Oh, ich habe zwei Kisten, wo ich es aufmachen kann. Hi, Leute. Nicht neuer, ich habe einfach rumgenannt. Yes. Ja, und morgen kann, also ihr wisst nicht, ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber morgen ist was richtig cooles, am 12. Januar. Ich habe aber keinen Bock morgen auf Schule, Alter. Ich will zu Hause bleiben und feiern. Und dann muss ich noch Hausaufgaben machen. Und ich muss noch Hausaufgaben dann machen, gar keinen Bock. Ich nehme Poidameron. Oder nein, ich nehme Yoda, ich nehme Yoda. Warum sind wir nur zu zweit? Warum kann ich nicht, warum kann ich, was? Du bist ein Schiff, aber warum kann ich zwei andere nicht nehmen? Was ist das? Ach so. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Endlich ist jemand drin. Komm, bitte noch ein Mensch, dass wenigstens fair ist. Chris, ich habe dein englisches Video gesehen, wo Ethan so eine Musik gemacht hat. Ist das nicht Copyright? Oder du? Als ob er das machen darf. Was? Wenn wir böse sind, nehme ich Boba Fett und du nimmst nicht Boba Fett. Hast du mich verstanden? Wow, ich habe einen gelasert, aber ich wurde auch gelasert. Ich darf mal, ist tot. Ah, ich bin gleich tot. Oh nein, hintermüßt eine Rakete, scheiße. Ich muss mit meinem Poost weg hier. Hintermüßt eine Rakete. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. lol. Wow! Wahrscheinlich, weil du so viel Leben hast. Oh mein Gott! Ist das schwer, hier zu fliegen? Oh mein Gott, bin ich lost. Ich versuche es zu kommen. Ich schieße jemanden ab. Bist du gerade gestorben, Han Solo? Ich habe ihn gekillt. Ich habe den letzten gekillt. Ich habe ihn in Versio gekillt. Ich nehme wieder Yoda. Yoda, Yoda. Oh, die haben die Gleichen wieder. Ich werde auch gleich gebeamt. Ich habe einfach nichts getroffen. Ich habe jemandem viel Schaden gemacht. Oder ich habe... Was heißt viel? 14 Schaden. Und eine Rakete ist hinter mir. Ich muss weg. Hinter mir ist eine Rakete. Ich muss einfach abhauen. Oh mein Gott. Nein, eine Rakete. Lass mich. Oh, Kylo Ren ist tot. Nein. Ich bin gleich tot. Hilfe. Ah. Nein. Nein. Äh. Schiff ist kaputt. Von Boba Fett. Boba Fett hat mich gebeamt. Ich habe jetzt ein Riesenschiff. Und ich räche mich jetzt an Boba Fett. Komm her, Boba Fett. Ja, Boba Fett hier ist doof, wenn man gebeamt wird. Gell? Ich habe Boba Fett. Ich habe Boba Fett. Nur noch Ethan Werfzio. Schon wieder. Oh. Oh nein. Ich habe mich schon wieder eine Rakete. Danke. Ich helfe dir. Ich habe ihn. Aber das war nicht den, wo wir brauchen. Ja, ich war ihm gerade ab. Ich habe ihm ein bisschen Schaden gemacht. Ja, ich war ihm gerade ab. Ich habe ihm ein bisschen Schaden gemacht. Gut. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das ist wirklich eine Schaden. Nein. Ich werde gleich schon wieder gebeamt am Anfang. Was? Was? Nein, ich bin nicht tot. Ich bin Yoda. Ich bin nicht tot. Ich weiß, wo bist du? Boba Fett habe ich gebeamt. Ich habe Boba Fett gebeamt. Boba Fett ist... Nein! 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 Ich bin in was reingeflogen. Boba Fett ist so low. Ich habe Boba Fett so gebeamt. Ich habe Boba Fett so gebeamt. Ich sage es dir. Nein, wir machen noch einmal das hier und dann... Nein! Ich rede jetzt. Wir machen das nochmal fertig und dann... ...diese... ...ääh... ...was du gesagt hast. Nein! Ich verstehe meine Sprache. Wir machen noch eine Runde hier. Wir machen noch eine Runde von das hier und dann diese andere Spiele. Okay? Okay? Okay. Was? Ich bin Lobby gegangen. Safe macht er jetzt diesen anderen Modus rein. 100% Ja, chill. Jetzt gibt es Stress. Oh, wie ist das? äh pass auf joda habe ich gewinnt ich muss wirklich ich bin gleich tot ich habe acht nachtig hp ich bin gleich tot ich bin tot scheißen dreck jetzt reicht es jetzt gibt es auch gesichtsschläge komm eins gegen eins komm baubett ich mach dich fertig im fort komm eins gegen eins komm gegen eins so komm mit hallo anakin was geht so anakin anakin ist schon fast tot oh ich bin tot finna daymbot der hat jeden schuss getroffen wenn du mein video siehst dann siehst du wie der mich gebeamt hat jetzt gibt es jetzt reißt jetzt reißt jetzt gehe ich sweater mode jetzt werden wir gewinnen ok okido pfff warum obi wan darf ich denn darf ich denn äh achtung wo kommt baby acht her wo ich helfe dir ich habe obi wan obi wan ist tot aber ich bin auch tot komm den schaffst du noch komm schaffst du komm komm bitte rönn einfach weg und heil ich muss mit nn nn Macht noch mal! Jetzt gibt's aber richtig... Ich kann nicht. Ich bin Lobby-Done. Jetzt. Ja. Chris! Ja, genau. Nein! Naruto. Zu. Ich hab ne Karte gekauft, wo ich mein Leben hab. Nein. Okay, doch. Oh. Mal, was geht's? Ihr seid hilflos. Was's up, Maul? Bleib doch stehen! Hinter dir! Mal, komm her, komm! Was? Wer noch Kallassian hat keinen neuen Preis bezahlt? Mal, was? Ihr seid keine Herausforderung. Ich hab geblockt. Und es bringt nichts. Ist logisch. Mein Spiel ist gefroren irgendwie. Wer nimmst du? Ach so, nimmst du wieder. Wer ist es dann? Es war nur ein Test, ob du das weißt. Ich hab gestanden. Warte, Chris, komm mal her. Guck mal. Hör mal, was er sagt. Jetzt kann dir Spaß anfangen. Ein sehr weiser Jedi hat einmal gesagt. Ich hab' das nicht so weit. Ich hab' den rausgefallen. Chill doch wieder! Chill. Okay, du willst dich chillen. Komm her! Da fehlt das fast tot, aber ich bin auch tot. Ja, dann nimm mir jemand anderes, der ist doof. Nimm Obi-Wan, geh aggressiv. Jetzt geht's, ab. Jetzt kann der Spaß anfangen. Hi Kylo, wie geht's dir gut? Nein, ich glaub dir gleich nicht. Du bleibst schön hier? Du gehst... Kylo, du gehst nirgends wohin? Ah! Kylo, bleib hier. Oh, nein! Nein! Wie hat Kylo denn noch überlebt? Jetzt mach... Jetzt mach diesen Ding. Diesen mit dem... Äh... Schiffen. Lol. Schiffen. Schiffen. Ich geh wieder in Lobby. Was? Ich geh wieder in Lobby. Ich bin noch nicht mal in der Lobby. Was wollt ihr? Ich bin nicht in der Runde. Dann verlass. Dann verlass. Verlass! 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 Verlass. Ich komm gleich. Eine Sekunde. Das war's. Ah, bin ich noch drin? Ach, Gott sei Dank. Wuh! Ja, hoffentlich. Das ist eine andere Map. Kylo Ren ist schon tot. Und ich bin auch tot, weil ich los bin! Mann! Ich kann nicht überfliegen! Was ist das, Brody? Ich helfe euch! Komm! Komm her, wieder, wenn du dich traust! Ich weiß nicht, ob ich wieder abschieße, aber egal. Nee, das ist nicht jeder. Wow! Tot! Schuuu! Wohooo! Hoffentlich fliege ich wieder nicht in irgendwas rein. Bruh, Kahlöhn ist schon wieder, als da ist er gestorben irgendwie. Da, Feder ist dead. Ich bin schon wieder in was reingeflogen. Ich bin auch tot, weil ich nicht fliegen kann. Ich bin so lost. Tot. Gas ist immer noch nicht. Ich will, dass die Gegner gewinnen. Es soll spannender werden. Die sind schlechter wie ich. Ich auch. Mit meinem Stift. So, warte. Ich muss kurz hacken. Ich muss kurz schwetten in Fortnite. Weil ich spiele gerade auf meiner zweiten PS. Auf meiner zweiten Playstation spiele ich gerade Fortnite. Komm, wir spielen du es! Gegner! Was? Okay. Wir sind beide, beide Teams sind nur noch drei. Ich glaube, kein Event ist. Ja. Und dann fliegt er in irgendwas rein. So wie ich immer. Ich fliege ihn jede Runde irgendwo. Ich habe einen. Achso, nee. Es war nicht den, wo wir tippen müssen. Jeden Werks hier ist tot. Oder? Nein. Doch, nee. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Noch ne Runde. Weil die ging viel zu schnell. Und ich war Zweiter und du warst Dritter. Oh, sorry. Auf der Playstation. Ja, PS1. Soll ich Copyright anmachen, dass du gebannt wärst auf YouTube? Oh, Charlotte. Wo war es? Was? Wen hast du genommen? Ich will nicht morgen in die Schule. Chris! Sassy Lügner. Ich hab nicht gerübst. Leute, das war Chris. Das ist normal. Bist du lost? Bist du gestig? Au! Mein Kopf. Bist du gestig? Einer aus meiner Klasse sagt immer so, bist du gestig? Bist du gestig? Ich auch. Bist du gestig? Bist du gestig? Bist du gestig? Bist du gestig? Untertitelung des ZDF, 2020 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 der hat auf dieses haus geschossen wie kann das sein ich nehme mal diese waffe die habe ich noch nie benutzt ich würde sagen wir machen noch die runde und dann ist das video vorbei weil es geht glaube ich schon richtig lang ich habe dann gespät versuch dieses dumme ship abzuschießen hat super geklappt was das da sind mutanten triceratops so wo gibt es hier stress in nahkampf was was ich kann nicht bei dir spawnen das war so punkte verschwendung wir werden jetzt von lord vader unterstücken mann alle sind im kampf ich kann nicht bei denen spawnen das dumme schiff nervt mich ich hab den noch getroffen was soll das ich bin so lost ich kann hallo warum kann man da nicht durch wow oh wie war das bei mir oh der hat mich in einen schlag gekillt nein ich regel das ach so von hinten kann dieser dumme bb 8 so dreckig ehrenlos kann doch nicht wahr sein obi-wan zeit zu sterben für dich ja jetzt hat ab gel obi-wan ist gleich tot ich habe obi-wan ich komme ich habe ich habe ich habe Ah! Oh, was hab ich gekauft? Was bin ich? Ich bin ein anderer Mensch. Ups. Ich hab gesehen, du bist gestorben. Oh, das gefällt mir. Oh! Dieser Mensch gefällt mir. Ihr macht ein Kommandeur der Rebellen ganz schön ärgern. Ich schieß einfach irgendwo hin. Die Rebellen wollen uns von den Docks fernhalten. Doch entlaufen sie nämlich. Also schön. Wir nehmen ihre Sammelfunkte am Auktionshaus und im Bazar ein und geben ihnen dann den Rest. Ihr könnt euch nicht verstehen. Alle meine Waffen sind geladen und ich hab so OP Waffen. So ein guter Mensch. Ich will nicht sterben. Hier, nimm meine Granate. Ich hab ihn noch gekillt. Lebst du noch? Warum kann man da nicht durchgehen? Oh, das war so lust. Bei mir ist Ray und Finn oder so. Irgendjemand mit einer Kanone. Achso, nee. Das ist gar nicht Finn. Komm, Darth Vader, bitte sei nicht hergekampf! Was? Nein! Darth Vader! Gerade durch, wo die Eins vorbei war, äh, ist Darth Vader, stand da in einem Kampf und dann konnte ich nicht bei Darth Vader spawnen. Ich möchte, dass ihr hier seid. Ich möchte, dass ihr da seid. Ich möchte, dass ihr da seid. Moin! Hallo! Oh, der ist explodiert. Ich würde wissen, dass ihr da seid. Jedes Mal von hinten diese dreckigen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Warum gibt es da eine Tür, aber man kann da nicht durch. Warum schießt du nicht Ray ab? Ist er lost? Ich kann nichts machen. Komm bitte reich. Das kann doch nicht wahr sein. Alle Menschen für 4000 Punkte, wenn ich jetzt 4000 Punkte habe, kann ich die natürlich nicht nehmen. Ich hasse das. Ich hasse mein Leben. Warum? Wir sichern jetzt den Bazaar. Oh, da wird gekämmt. Mit der Feder. Ich nehme eine Shotgun. Das ist Obi-Wan, oder? Nein, keine Ahnung, wer das ist. Das war Anakin. Ich habe mich nicht gesehen. Alles. Als ob wirklich alle da sind. Oh! Jetzt geht es groß rein, Chris. Chris, wo bist du? Ich bin hier, die Beute. Versuch mal, mich zu finden, okay? Wirst du sehen, wenn du mich findest. Guck mal, ob du mich dann in der Luft siehst. Wow! Nein, ich will nicht wieder sterben sofort. Das ist Rey! Die allerächte. Wow! Weg, 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 weg. Nein! Ich habe gerade Pupa Fett gekauft. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.